Um Größe und Gewicht von Verpackungen zu bestimmen, eignet sich der Barcode-Scanner CLV610. Zu Beginn wird die Verpackung und somit das zugehörige Gewicht identifiziert, damit die richtigen Informationen auf das Versandlabel gedruckt werden. Nachdem das Versandlabel mit den entsprechenden Informationen aufgeklebt wurde, wird das Gewicht der Ladung mittels einer Waage überprüft. Dadurch ist es möglich, den Inhalt des Pakets zu verifizieren. Die Lesbarkeit des Code-Inhalts wird anschließend durch einen Raster-Scanner sichergestellt. Hierbei wird der Barcode-Inhalt des Versandlabels erneut mit dem Verpackungslabel abgeglichen. Die integrierte Smart620-Funktion sorgt für eine zuverlässige Lesung von beschädigten, verschmutzten oder teilweise verdeckten Barcodes. Den Code-Inhalt und die Codesicherheit kann der Barcode-Scanner CLV610 dank seiner exzellenten Leseeigenschaften zuverlässig und sicher dekodieren. Damit trägt er wesentlich zur Prozesssicherheit bei. Variantenabhängig können CLV610-Barcode-Scanner in jedem SIG-CAN-Sensor-Network als Multiplexer eingesetzt werden. Zusätzliche Gateways sind somit nicht erforderlich. Das externe Anschlussmodul kann an alle gängigen Profile montiert werden. Schnelle Installation und einfacher Austausch in der Anlage dank steckbarer Verbindungen.